Ich bin das erste Mal hier am Philharg, hier auf der Guttverkaufe von Brezen, Peter, die guten, frischen, warmen Brezei. Die Antenne Interview Bugs. Hingehen, reinstellen, reinsprechen. Der einzige Grund, wenn wir in den Philharg Sand, gibt es drei Gründe, einmal KC, Ekloa, Infilharg, aber auf einer forecasts Ringsplank und natürlich dafür khältos. ZotIom? Wir sind die Bruten, wir sind die Weißen, Wir sind diejenigen, die auf die Blauen scheißen! Anteile! Ich meine die Faust! Warum liegt das Rot? Alle, alle! Alle, alle! Eipi, ohi, eipi, jali, jali, oipi! Kempten, Kempten, Kempten is always! Jolla! Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit am Kirchtag und grüße meinen Schatz, den Franz, Viertel, Servus, Baba! Gestalten wir gemeinsam Kärntens erstes und größtes Kirchtagstagebuch. Die Antenne Interviewbox am Finnlacher Kirchtag.